...Friedrich Marko... ...Latz Nummer 7... ...Hamed Napatrik... ...RT Arke Weiding... ...Latz Nummer 6... ...Auge hinter Manuel... ...RT Arke Wilber Marwels... ....Latz Nummer 8... Der Mario Gamper. Klaxsamer Reihe vom RLM Wien, Still Timo. Hallo. Dritter Timo Still, bitte auf Stuttgart. Zweiter Bahnhof in der Reihe von der RLM Wien, der hat so einen Big Vogel heute, der ist aber trotzdem ein Super-Hende gefahren. Der Florian Gamper. Ein Applaus und einen Sonderapplaus verdient. Also, lange im Dreh mitgefahren. Nur ein Moped hat ihn vom Rad geschissen. Mit 2,28,26 Siegerzeit. Ein Schnitt von 38,4. Und der Sieger kommt vom RCRB Völbermeyer-Wels und heißt Florian Kirchner. Herzliche Gratulation. Jetzt ein schönes Besuch. So. So, danke, meine Herren. Wir kommen zur Wertung Tiroler Meisterschaft. Auf Platz Nr. 3. Die Franzmedaille von ÖMTC Tom Sitter, h.t. R.C. Tirol, Markus Wildauer. Haben wir nicht Markus Wildauer? Heiserdorf. Heiserdorf. Er hat für dich natürlich wichtig für die Sponsoren. Ohne Geld keine Musik, gell? Ja, nein. Werde immer schlimmer, ich werde sehr wärts mit den Sponsoren. Gott sei Dank kann man noch so Sponsoren wie Tom Sitter. R.C. Tirol, ÖMTC. Jetzt sind wir drei. Zweiter von Union Reifersenland in Tirol, der Mario Kampa. Und Tirolmeister mit 2'29'32. Tirolmeister der Juniorin, heißt Kampa Florian. Herzlichen Gratulation. Der frischgebackene Meister Kampa Florian, mit seinem Zwillingsbrüder Mario Dampon, Markus Windauer. Herzlichen Gratulation. Zum Glück, wir haben eine Kältin, der Klaus. Der Kugel schon hat gesعلtert. Jetzt haben sie noch einen anderen Punkt. Zum Hauptwoch geht's schon. Danke, meine Herren. Danke, meine Herren. Wir danken noch mal Sie. Im Namen von Arbiton-Tehler, Ralf-Eisenbank-Hörgel. Wir danken. Wir danken für die Voranstaltung. Danke, dass Sie in der Einladung gefüllt sind. Ich wünsche auch für den Zwillingsbrüder. nächsten Rennerei. Bis Gute, ganz gut heim und schönen Sonntagabend noch, in diesem Sinne, servus, wir sind heim.